hallo und herzlich willkommen bei nakabaka und wir spielen hier weiter mit toge traurig und gehen direkt auf die neun ich wollte in dieser folge die letzten vier levels machen ich hoffe das schaffe ich hin wenn die rätseln zu schwer sind jetzt nicht den klappen ich habe fünf drücken und einmal das scheinbar wo ich unten den stein ich was brauche ich da unten den stein warte weil ich könnte den stein wegwerfen darunter gehen und dann sterben aber einerseits komme ich an diesen klappt das wenn ich so mache ich weiß dass ich jetzt da nicht mehr rankommen und dass ich jetzt hier stellen werde das spiel mich schon jetzt okay machen wir uns eine überlegung alles wieder mal von neu nein wir gehen man einfach so runter ohne etwas zu machen das ignorieren wir total bis zum letzten punkt jetzt gehen wir den holen kann ja nicht so schwer sein das ist jetzt zu machen gehen weiter nach oben gehen weiter nach oben dann nicht ich habe diese eine brücke habe ich umsonst eingesetzt das hätte ich nicht machen sollen und das hätte mein letzter sein können weil ich komme hier nirgendwohin jetzt verstehe ich okay das hätte ich jetzt machen sollen ok jetzt habe ich auch da den brücke reingelegt das habe ich also nicht umsonst gemacht und das kann ich dich nehmen gut habe ich in tremeln geschafft jetzt kommt die nächsten dritte level von dieser stage und was auch immer level und jetzt sind die das gleiche wieso sage ich das eigentlich vor dem ein level zu dem leben ich gehe gleich schlafen wir haben eh erst 24 uhr ich hätte horrorspielen noch erst bringen können aber naja jetzt hat mich toki toki gefesselt gut die drei einfachsten habe ich genommen jetzt kann ich da runter hab dann zwei genommen dann fehlt nur noch zwei stück dann kann ich da runter und sterben warte eins zwei drei wie mache ich das 80 kann ich ja auch noch holen ok jetzt gehe mal hier ich glaube wenn es funktioniert also hier trete ich um hier dann gehe ich jetzt rüber schmeißt dich nach hinten neben dich gehe ich da drauf mache eine brücke scheiße ich das voll machen soll so erst nehme ich dich und dann gehe ich nach oben setz dich nimm dich und brücke die schmeiße ich runter ich habe dann 12 ok machen wir dann komme ich eigentlich jetzt da noch hin ja jetzt kann ich da runter gehen das habe ich in vier minuten geschafft zeigen wir noch nur 30 minuten oder scheißegal aber auf jeden fall schaffe ich die vier levels in dieser fall wenn es auch weiter geht da ist ein geist ich habe so viele sachen die ich benutzen können und ich muss nur drei stück nehmen ich kann ich jetzt schon nehmen das kann ich nicht nehmen dann gehen wir wieder zurück mal wieder aussieht kennt das bitte mit dem schreck wo da schreit wie mache ich das jetzt ich weiß nicht ob ich das nächste nutzen sollte aber ich habe es jetzt gemacht mal gemacht ich brauche den stein kann ich hier runter ich glaube ich muss von hier aus rüber äh 3 nein 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 halt halt der lande halt leider jetzt gebe sie zuvor wieder hm hm und jetzt bin ich wieder ganz am anfang aber wie mache ich das jetzt das muss auf jeden fall machen können ich gehe hier hoch wie mache ich das und den letzten zu nehmen brauche ich den stein hier unten und das komme ich da lang brauche ich ein brücke habe ich ein brücke noch übrig und wo bin ich die eine brücke wenn ich benutze ich den letzten brücke ich trottel jetzt fährt er da runter und fährt einen stockwerk runter dann kann ich dort eine brücke setzen und dann brauche ich da keine teleprinzipien um rüber zu kommen ich habe ich eingesperrt das ist mir alles viel zu spät eingefallen so jetzt will ich hier okay das hat bisschen gedauert bis ich das entdeckt habe und das letzte teleport brauche ich also hier okay dann haben wir alles eingesetzt werden die ganz schnell die treppe runter geht das finde ich süß so die letzte level für dieses metade erstellt keine ahnung der will zwölf aktiviert ich habe zehn eier die ich retten muss nicht darüber komme komme ich da nicht mehr raus das kann vielleicht der letzte ei sein den ich nehmen sollte ich kann ich nehmen ich habe sechs brücken ich gehe mal nach unten warte 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 hätte ich ihn jetzt nehmen sondern der teleport kann ich nicht rausnehmen nee geht nicht ich überlege gerade wie ich das machen sollte darauf komme ich auch nicht nach unten komme ich auch nicht mehr okay ich habe keine ahnung was ich mache aber ich glaube schon dass ich es richtig tue das sollte auf jeden fall richtig sein hey hätte ich einfach hier telefon setzen ich muss irgendwo teleport einsetzen damit ich rüberkomme wie mache ich das jetzt komme ich hier weg ich brauche jetzt zwei brücken eine dritte hier damit ich den nehmen kann das heißt ich habe dann ein brücke übrig wo benutze ich diese eine brücke ja wo hier hier wo wieso hier klappt ja nicht das heißt ich habe das umsonst eingesetzt das ist von falsch wo es jetzt ist shit was über sie hier was übersehe ich hier hier fallen gleich die teile darunter ich will noch ganz kurz was probieren komme ich da hier wieder raus wenn ich da drin nein da bin ich hier wieder raus dann gehen wir mal kurz hier schauen wir die treppe runter geht voll lustig halt aber ich weiß immer noch nicht wie ich dann runter komme wie komme ich da runter nachkommen machen jetzt das ganze mäßig sitzt wieder von neu also ist kein weg dass ich wieder runter kommen gott damit jetzt stehe ich wieder so blöd da wie vorhin ich habe das letzte nicht überlegt mal weiter was ich noch mal okay das ist jetzt ein bisschen komplizierter kann ich bisschen wechseln eine möglichkeit wird dass ich die die hier nicht benutzen und irgendwie anders da hochkomme das geht dann auch nicht ein bisschen noch ein bisschen stück nach rechts das bringt mir überhaupt nichts mann mir komme ich hier weg Ich habe diese eine Brücke, wo kann ich das nutzen? Okay, ich bin ratlos. Okay, ich bin ratlos. Ich hätte vielleicht meinen Gedanken mitteilen, was ich vorhabe, aber ich bin selber nicht sicher, ob das jetzt stimmen wird, denn ich habe vor, diesen Stein zu nutzen, das dort oben ist. Ah! Trottel! hier eine brücke setzen damit er nicht runterfällt und den runterschieben jetzt kann ich wieder alles finden von neu warte mal das heißt dass das dass ich dann sowas machen kann ich möchte ich doch unter geht doch nicht wieso doch es geht 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 dass dieses level ziemlich hart Ah Hey Doch nicht Was über sehe ich was über sehe Money Hm Ich kann ja auch so machen Bringt nichts Was wenn ich Hier den letzten Hinlege Dann komme ich hier so rüber Aber Das bringt ja nichts Also für mich nichts Da schmeiße ich den Teil da unten Das hängt dann nicht Keine Ahnung Vielleicht nutze ich das Falsch Ich würde dieses glaube ich noch schaffen Diesen Part Auch wenn es ein bisschen verlängert wird Tut es mir leid Ich tue sie mal wieder dasselbe Ich tue sie mal wieder dasselbe Wie komme ich hier raus Wie komme ich hier raus Achso jetzt Mach ich anders Ich bin schon am überlegen was ich mache Denn ich habe was anderes vor Jetzt diesmal Hier komme ich nach oben außer hier eine brücke zu stellen Wie komme ich sonst nach oben Was wenn ich Ähm Shit Was wenn ich hier hingehe Den letzten Brücke hier Und dann gehe ich hier rüber Das ist nur eine Vermutung Aber was passiert Es Passiert nichts Ich troll Haha Haha Jetzt ist das Problem Jetzt kann ich hier nicht mehr rüber Ach 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 Mach ich das Der knallt noch dorthin Das ist Ja Super Ich habe keine Brücke mehr Wenn ich jetzt nicht rausfinde Dann mache ich Patente Ach Ja Ja klasse Was jetzt Nach unten komme ich hier nicht Okay Ich bin immer Diesen Part hier Ich versuche das nächste Mal weiter Wir sehen uns aber nächstes Mal Ich hoffe es gibt dennoch gefallen Auch wenn ich nicht weiter kann Und man sieht sich dann Adieu Dann Tschüss